Make a living, you know. Der will Bezahlung haben. Well, don't just stand there. Come on in! Hast du das irgendwo auf dem Boden gefunden, das Gold? Das hatten wir vorhin ausgegraben. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, woher haben wir Geld. So, die Teile. Laut Plan ist dieses Wasser-Rad-Element noch nicht vollständig. Ach nee, gleich eine ganze Ingenieur-Ausbildung. Jetzt müssen wir das mal alles suchen wieder. Das macht ihr wieder. Und das geht bestimmt wieder nach hinten los. Wir müssen wahrscheinlich wieder die Sachen irgendwie so verknüpfen zusammen. Bestimmt. Ja, Flick, wir haben es jetzt gelesen mit dem Gold. Ist mir auch dann aufgefallen. Es dauert halt immer was, bis wir lesen, was ihr schreibt. So, ähm... Was haben wir denn da? Das da und was ist das da für ein Ding? Ich wette, das ist wieder so bescheuert wie eben, dass wir die immer alle miteinander irgendwie verknüpfen müssen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so gut geht. Wir sollten einfach schon mal anfangen. Jetzt lädt er gar nicht mehr bei mir. Was ist denn los mit meinem scheiß Internet? Schreibt der Tokri HD und... Flick schreibt, neben dem Zwerg ist ein Zahnrad. Und ja. Genau. Da können wir irgendwo einführen. Ja, ich sag ja, das ist wieder so ein Running-Gag. Weil ich sehe da noch ein paar mehr Zahnräder. Die muss vielleicht einfach jetzt da schon mal... Okay. Okay. Was? Noch nicht, oder was? Mhm. Ich bin verwirrt. Okay. Links bei den... Links auf dem Schrank bei den armen Brüsten sind die Rohre. Da. Neben dem Kopf von diesem Tier. Genau da. Das Rohrstück oder was das sein soll, ist links oben neben dem Eberkopf. Genau. Da habt ihr gerade auf das gleiche Teil getippt. Aber Armi, der Flick war schnell. Ja. So muss ich nicht mehr gegen den Zahnrad treten. Jetzt muss ich nicht mehr gegen den Zahnrad treten. Jetzt muss ich auch schreiben. Und alle anderen sind immer noch herzlich eingeladen. Lass uns das ein bisschen machen. Ihr könnt das auch gerne doppelt und dreifach schreiben. Das ist nicht schlimm. Links vom Pass, welches vor dem Zwerg steht, ist das letzte Teil. Ah, da. Da ist dieses viereckige Ding. Okay. Hey. Weil dieses Teil ist hier. Ja, aber das sollen wir noch nicht suchen. Wir suchen eine kleine Statue mit einer Axt in der Hand oder sowas. Die ist jetzt nicht. Nee. Und einen... Weiß ich nicht was. Und eine Brechstange. Ja, Brechstange und das andere ist keine Ahnung was. Das Ding, was er da zeigt in seinem Sprechblase. Er überprüft, ob ein Teil komplett ist, dann tue ich, was er sagt. Ach, vielleicht musst du das, das zweite da links dran bauen. Versuch das mal. Hä? Hm. Wie gesagt, das eine Tal kommt eigentlich hier an die Seite ran. Ja, aber wir können es ja nicht hochheben, ne? Hm. Versuch mal erst mal den komischen Zwerg hier. Ich seh den nirgends. Und eine Brechstange. Hm. Okay, da brauchen wir die Brechstange. Also wie gesagt, Togri, ich glaub wir haben die höher gestellt. Die Quantität. Nee, wir haben gar nichts hoch gestellt. Wann hast du denn das letzte Mal den Stream geschaut? Der Chris hat die ganze Zeit gestreamt. Der hat auch mit der gleichen Einstellung gestreamt. Also wir streamen halt, wie gesagt, mit 2000 noch was Kilobits grad. Wir haben nichts geändert da dran. Ja. Seit einer Weile halt nicht mehr. Hey, jetzt geht's auf einmal. Wie bist du überhaupt in das Fenster reingekommen? Ich hab das grad nicht mitgekriegt, Chris. Da hinten hast du gar einen Teil gefunden. Ah, okay. So. Ah, und jetzt das nächste Teil. Irgendwas mit dem hier. Ah, und da fehlen noch ein paar andere Teile. Was haben wir denn hier? So ein... Weiß ich nicht, was für eine Form. Das hier auf jeden Fall. Ja, hättest ruhig die Zuschauer suchen lassen können. So. Okay, das hab ich auch. Ah, das eine hängt über der Tür. Wenn du was suchst, dann such ich auch was. Genau. Und wo ist das letzte? Mhm. Ami hat das auch über dem Zwerg gesehen gerade. Am Ende von Hitman. Wann hast du Hitman gestreamt? Vor ein paar Tagen noch. Und da hab ich nichts geändert seitdem. Nee, da ist seitdem ist nichts geändert worden, Tukui. Ich mach drüben auch nichts. Der PC ist nur... Und wir haben auch gar keine Paketverluste oder sowas. Ist alles okay. Also Jus schreibt, der hat eine 6K-Leitung und alles ist flüssig bei ihm. Schau mal, ob du irgendwo was runterlädst. Also wenn du irgendwie noch Skype anhast oder halt irgendwas runterlädst oder zu viele Fenster im Browser auf hast, dann könnte das die Leitung verstopfen. Kann man den Kamin aufmachen, ist die Frage. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Hey! Weiter geht's. Und das D über den Zwerg. Das haben wir schon gefunden. Habt ihr LAN oder WLAN? Wir sind hier am Stand-PC. Da haben wir LAN. Und wie gesagt, wir haben keinen Paketverlust. Das heißt, bei uns wird alles rausgesendet. Gesendet. Sendelst du auch? Ja, wir sendeln alle. Hm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, Chris hat nichts umgestellt. Und ähm... Achso, Jus hat Kabel geschieben. Wir sollen die Kiste aufbrechen. Hat der Flick geschrieben. Und da ist die Kiste offen und da ist ein Rad drin. Laut Plan ist dieses Wasserrad und bla bla bla. Okay, da fehlt das Anker-Ding oder was ist da? Ich hab's schon, ich hab's schon. Ah, links! Ich bin ja nicht blöd. Ich hab nur den Stream an. Ist noch irgendwer im WLAN? Wird gefragt im Stream. Also bitte einfach mal... euch trauen, was zu tippen. Die anderen beißen nicht. Ich hab's schon gesagt. Das ist ja auch schon. Ich hab's schon gesagt. Das ist ja auch schon, ich hab's schon gedacht. Die letzte Mal habe ich checkt, der Ingenieur hatte beide die Künstlerbulte und die Künstlerbulte. To remedy it, we are requiring everyone to show their materials before entering. Okay. Weiß nicht, wir haben keine Schippe dabei. Ansonsten würde ich sagen, der Pum ist mir irgendwas ausgeraben. Ne, es scheint nicht so zu sein, dass da irgendwas ist. Ähm. Gucken wir mal hier weiter. Wir fahren mal hier. Die Fackel. An alle Bürger und Bürgerinnen. In den Minen kam es in letzter Zeit vermehrt zu Unfällen. Seid wachsam und meldet jede verdächtige Aktivität den Zentauren. Kaffee, was ist da? Abgeschlossen. Ähm. Also was haben wir denn da? Eine Wäscheklemmer, eine kaputte Tür, einen Verband, Kaffeekirschen. Kaffeeröster. Das hört sich doch gut an. Und da kommt das Taschenfeuerzeug. Gesundheit. Kaffee haben wir jetzt. Kaffee haben wir jetzt. Den mag ich ja auch so gerne. Was haben wir hier? Äh. Kannst du das aufheben da? Das war mal eine Sonnenbrille, die andere Hälfte und das Glas fehlt. Der Griff fehlt. Da, wir haben doch... Können wir den Griff geben? Ah, okay. Wir nehmen erstmal Wasser mit. Und Heu. Geil. Ein Luft... Was stand da? Ein Luft... Luft... Luftasch... Luftaschwamm. Gott, was für ein Wort. Guck mal, hast du das gesehen? Guck mal, der hat die Brille an. Was ist das? Ein Maulwurf. Ist das ein Reitenmaulwurf oder was? Ja. Ist ja geil. Weil... Manu hat ab und zu kurze Nachlader. Und Flick hat geschrieben, die Kaffeemühle war am Anfang. Greetings Traveller! Visitors are not to enter the palace without a pass. Kingdom, policy and all that. Okay, also... Wir kommen da nicht rein. Keine Zutriffe. Das ist die Firma, die dieses Spiel herstellt. Boomstaff. Ja. Wir sollen also zur Kaffeemühle gehen, weil der Stinkelsocke... What happened here, you ask? Well, nasty centaur magic, of course. It happened a few weeks ago. Was hat der alles kaputt gemacht? Hat der alles kaputt gemacht? And that's how the water wheel broke. Who knows, why that Goblin appeared. But he must have been hired by those filthy centaurs. So, Chris hat gerade symbolisiert, dass er bald Schluss machen möchte, weil wir schon halb elf haben und er morgen nicht schulen muss. Und du hast gesagt, wir fahren dann um zehn. Ja, eigentlich schon um zehn, aber da sind noch acht Leute zuschauen, dachte ich, könnten wir noch ein bisschen machen. Wir haben da noch den... Ja. Den Eimer. Und wir haben einen Eimer Wasser. Ah, wir kommen bis Kochen, meinst du? Schade, ich dachte, wir könnten einen Kaffee zu holen. Für wen denn? Den, wo der zum Beispiel schläft hat. Ach so. Zum Becken. Hier, einmal Kaffee in die Fresse. So, zum Beispiel. Dann wacht selbst der härteste Zwerg auf. Ah, in diesem Humpen können wir einen heißen Kaffee brühen. Ah. Äh. Dann halt so. Okay, der ist feuerfest. Sein Bart stört. Das ist echt, sein Bart stört. Der hat ja hier die Schrauben und so. Ja, aber du brauchst irgendwas im... Das ist eine mächtige Klammer. Ja, ich kann morgen füllen. Ja, ich kann morgen füllen. Ja, der labert schon wieder das gleiche. Okay. Ja, vielleicht musst du die irgendwie zerlegen. Die Holztür. Ja. 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 Okay. Ja. Das ist da, das passt, das Runde. Das da, das da drunter. Das Runde kommt ins Eckige. Genau. So, das passt auch. Ich muss mal weiterschalten. Schalt mal weiter. So, jetzt nochmal. Ja, das passt da auch rein. Ne, das war eine größere Zacknis, was wir eben erwischt hatten. Ne, ne, das daneben. Nein, weiter links. Das da. Hm, hm. Ja, so lange wird ja alles etwas weniger. Kann man so besser auswählen. Hm, hm. Und die letzten zwei. Yay, das Wasser raus. Sorry, du wirst schon ein Payday bekommen, das ist momentan so der Running-Gilfoss-Hast. Deswegen wird das auch so... Weil ich gerade gerne Guildfoss spiele und der Chris gerade Guildfoss-Hast. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend erstmal. Ja? Ja. Okay, dann machen wir jetzt Feierabend. Danke, dass ihr da wart. Ja. Und wir werden dann morgen oder so oder die Tage weiter streamen. Wahrscheinlich werde ich die zwei Stunden erstmal schneiden müssen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss.